Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entfüßt. Wir haben die Drohne. Der wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Greift Batman auf das Terminal zu. Will ich nicht wissen, was Scarecrow und der Arkham Knight mit uns machen. Aber was ist passiert? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist da rein und hat sich durch drei unserer Einheiten gekämpft, fast hätte er Scarecrow erwischt und die Explosion verhindert. Verflucht. Er ist also wirklich so gut, wie der Arkham Knight sagt. Ja, ist er. Niemand betritt oder verlässt die Insel, solange wir hier sind. Wer ist das? Ich schieße in der Holte und sehe, was passiert. Was ist mit dir passiert? Ich hole den Holte und erzähle mir, was sein Problem ist. Ich habe ihn festvertraut. Ziel ist verschwunden. Er ist irgendwo da oben. Such weiter. Batman hat ihm ordentlich eine verpasst. Ich sehe es mir an. Wir sollten schnell machen. Der ist grau. Batman schlägt hart zu. Ah, hat dich was getroffen? Du bist ein Gewohnheitstier, Batman. Mal sehen, ob wir das ändern können. Er greift euch vom Aussichtspunkt aus an. Vermiett das Ding sofort. Ich sehe nach dem Typen, den Batman umgehauen hat. Gebt dir Deckung. Wenn es Batman war, ist er erst weg, feindlich. Er spielt ein Spielchen mit uns. Er will, dass wir Angst vor ihm haben. Vermiett die Aussichtspunkte. Er ist hier nicht für sie. Er wird hier rückt. Vierland hat runn memorized. Schöne, dass du dich fährst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Verkehr, Scarecrow. Zeit, deinem wahren Ernstfall entgegenzutreten zu Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Ding! Warum besucht Batman ein verlassenes Weißenhaus? Eddie, Süße, du verwechselst mich mit Rob. Der Große und ich sind uns gar nicht zugehalten. Oh, oh, ich weiß! Mit dem, was deiner Katzenfreude passieren würde, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, Dunklerinnen? Erstaunt? Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist, Edward Nigma, der Rhythm und ihr Intellektuellen überlegen. Dachtest du, ich will nicht, dass unsere letzte Zusammenkunft, Dunklerinnen? Du hast mich genehmigt, dieses Mal, du hast mich nicht schlafen. Völlig unmöglich, du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belechne deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde die Unklinik über dein Leichnachstil. Und während du deine Beschränkungen geist, endgültig alle Lichter ausgeben, wirst du wohl daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Weißenhaus, Detektiv. Oder sie sterben. Ich arbeite mit dem Begriff. Zentrale bitte kommen. Matalierer befinden sich auf mir, Garni Island. Zeige an fünf Stunden. Na los, löst dieses Rätsel, Jungs. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Äh, weiß nicht. Einen halben Sohn nennt man ihn. Ich raff's nicht. Du willst Batman brechen? Vergiss Scarecrow, Two-Face, Pinguin und den Rest dieser Komiker. Nigma ist der Mann mit dem Plan. Der Rätseltyp? Nee, glaub ich nicht. Glaubt mir, der IQ von dem Typen ist sowas von toll. Man fängt den dummen... Der Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich hab sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich hab sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Was war's? Du musst mir glauben. Das tue ich. Zentrale, hier spricht Falcon 4. Wir haben hier etwas. Auf einem Dach in Bristol wurde eine Leiche aufgehängt. Kommen. Tiere, Tiere. Stimmen der Möchling darauf antischen Trophäen platziert. Also, Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt, vom mutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Was wird dein Haar abnehmen? Zusammen seid ihr gerade gut genug, um zu überleben. Erfreue dich daran, solange es geht um nachher. Ich habe mehr für dich gepackt, als Dinge zu schlagen. Schmack. Du hattest hoffentlich Spaß, dunkler Ritter, denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kässe-kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bumm. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel. Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düstere Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Arbeitest du öfter mal für den Riddler? Nur wenn du nicht hinsiehst. Selina. Wenn jemand etwas stehlen lassen möchte, dann fragt er mich. Du weißt, wie das läuft. Oder dachtest du, du hättest mich bekehrt? Lass mich nicht warten. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordon's Rolagin ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Hat irgendwer diesen Herrn Ackley gesehen? Diesen Jungen hätte das echt gefallen. Du verstehst das falsch. Das war nicht Batman. Wo ist dieser neue Spinner gewesen sein? Welcher neue Spinner? Scarecrow hat sich einen neuen Liebling zugelegt. Wohl Ex-Militär. Trägt ne Maske wie Batman. Heute Nacht zeigen wir es, der Fledermaus. Wird doch endlich mal Zeit. Alfred, ich bin an der Brücke. Ein Moment, ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direchter Treffer mit der Balkenkanone auf die Sensor und sollte sie mit einem Schuss zerstören. Sergeant, die Masi-Brücke wurde heruntergelassen. Er kommt. Mamba-Drohnen aktiv und gefechtsbereit. Ein Doppelgefechtskopf. Der durchdringt auch die dickste Panzerung. Ich habe auch eine Überraschung im Parade, man. Mamba-Drohnen hat Schaden erlitten. Diamond, weg, offline. Mamba-Drohnen, Panzerung durchschlagen. Arkham Knight, bitte kommen. Verteidigung durchbrochen. Er bewegt sich nach Miyagani Island.